Also, wir kamen ja gestern zu Gebiet 9, können langsam auch die Eventmissionen vom Evangelion Event machen. Also, das Erste, was wir machen werden, sind mal die täglichen. So, das bedeutet... Wir haben auch einen kleinen Begleiter jetzt dazu bekommen. Und zwar PenPen, den wollte ich unbedingt haben, bin jetzt froh, den jetzt auch im Team zu haben. So, schauen, hier direkt haben wir die erste tägliche. Hmm... Ach, machen wir hier mal. um Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's. Das war's für heute. Und fertig. Und fertig. So, nächste Mission, die ist vernehrt, da nehmen wir schon die, da ist eine lila Box, die nehmen wir mit, bisschen Schwanefleisch nehmen wir auch mit. Hmm. Das war's für heute. Das hattet wir dann auch. Okay, haben wir dann... Ah, die sind hier im Norden. Natürlich habe ich hier gar keinen Teleporter, doch ich habe einen. Okay, das ist gut. Ach nö, ein bisschen wie jetzt da nach oben. Nee, doch, wir müssen nach oben. Ach nö, ein bisschen wie jetzt. Ach nö, ein bisschen wie jetzt. Ach nö, ein bisschen wie jetzt. Okay, das ist es nicht. Der, der, der ist es auch nicht. Der, der ist es auch nicht. Das ist Gott sei Dank nicht so schwer. Okay. 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 Und weg. Okay. 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 Jetzt ist das dieses Labyrinth zu laufen. Okay. 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 So, ich habe jetzt noch ein paar Sachen. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, ich bin zu dumm. So, hatten wir 13. Fehlen mir noch 2. Oh boy. So, da ist der letzte. Geschafft. Okay. 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 Vielen Dank. Was mich eher interessieren würde, wäre die T-Porter hier zu aktivieren, dass ich die mal hätte. Alles andere ist jetzt noch nicht wichtig. Hallo. 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 So, ein T-Porter mehr. Hier gibt es noch einen. Mensch. Ja, come on, was läuft. Ja, jetzt sind es ausgebraucht. Da. Ach, Mann ey. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja? Ja? Äh, eine Nonne misstankt oder ein Brandensinger, komm mal. Ja, bei der Toilette mal was misstankt. Wo haben wir Reiken? Geh mal um, dass die forgetler, die auch keine K Peten. Wir versuchen Kontakt zu spielen. Soll ich die Zutaten um eine Worte zu geben, dann ich die Zutaten für einen Schmeck, das Fertig ist wieder zu machen. Soll ich es ein bisschen vorbereiten. Soll ich jetzt alle, wenn ich nur die Zutaten economyse, Mann, lange Haare sind manchmal sehr nervend. Nervend, äh, sehr nervig. Okay, den Teleport habe ich gar nicht bemerkt, okay, gut. Gut. Okay. Okay. Okay, das ist damit gemalt. Das ist die Kugel jetzt. Ah, scheiß Hund, ähm, Wolf. Okay. 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 So, ich habe es sehr gut gemacht. Lämm, fest. Wie? Wie, der geht nicht bis dahin. Wie? 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 Das war's. So, dann gehen wir jetzt in die Richtung. So, dann gehen wir jetzt in die Richtung. Okay. So, dann gehen wir jetzt in die Richtung. 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 So, dann hat sie noch den Teepuch da. Das gibt es sogar noch zwei Kisten. So, dann haben wir jetzt... Ah, hier ist auch noch ein Teepuch da. So, dann gehen wir jetzt in die Richtung. So, dann gehen wir jetzt in die Richtung. So, dann gehen wir jetzt. 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 Ich bin froh. Das war's für mich. Leer ist gut. Den hätten wir dann auch aktiviert und hier gibt es eine Quest sogar. Die Kartei und die Kartei und die Kartei und die Kartei mit dem Kartei. Geschafft. War ja eisy. So, gibt es noch ein Tape? Auch da anscheinend gibt es hier noch eine Kiste. So. Hier gibt es sogar zwei Tape. Die werde ich machen. So. 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 Wie ist denn hier das Hotelbruch da? Nein. Okay. Okay. So, cut. Wenn ich die Ich hab noch die vier und die 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 g Das war's für heute. 3. 3. 4. 11. 12. 15. 16. 16. 15. 16. 16. Leer ist gut. So, ich habe jetzt noch ein paar Teile, die ich habe. Ich habe die Karte mit einem Schrauben und ich habe die Karte mit einem Schrauben gekümmt. WTF? Fuck Vor dem Umweg, den ich hier laufen muss, für das Ding zu gehen Oh, hier ist auch einer Bestimmt gelaufen Ich habe die Und dann noch ein bisschen wasser. Das war's für heute. Sollte Vielen Dank. Sieben, zwei, sechs, acht. Drei, fünf, neun, vier. 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 Das war's. Wir haben hier eine kleine Zelle in derded своим Schleisch in die Kanteien. Stoffen stent ich, ich bin viel zu tun. Ich nehme den Kanteien, ich schanke und ich nehme den Kanteien. Hier ist es auch der Kanteien. So. 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 So.